Und es ist wieder Zeit für die Weekly News in dieser Woche. Heute kommt das große September Inhaltsupdate für Lost Ark inklusive der neuen Klasse Maschinist. Diese habe ich für euch auch schon angespielt, da könnt ihr gerne mal in die entsprechenden Videos reinschauen. Auch eine Server-Downtime ist heute mit dabei, allerdings ist diese etwas anders als gewöhnlich, denn es sind vier Stunden vorgesehen, da aber auch heute die erste Stufe der Server-Zusammenlegung beginnt, worüber ich schon berichtet habe, Video wird für euch nochmal oben in der Infobox verlinkt, kann es sein, dass betroffene Server bzw. betroffene Regionen bis zu 16 Stunden offline sind. Die neue Klasse Maschinist erwähnte ich bereits, die in diesem Update enthalten ist. Ebenso hinzu kommt ein neuer Legion-Raid namens Kakul Cydon. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bei dem neuen Legion-Raid braucht ihr allerdings auch wieder eine Mindeststufe, um diesen betreten zu können. Für die Stufe Normal braucht ihr 1475 und dann gibt es auch noch eine einfachere Version, die ihr schon ab der Stufe 1385 betreten könnt. Weiterhin erhaltet ihr einen kostenlosen Punica Power Pass, wenn ihr die Punica Quest Bärwurst-Freund abgeschlossen habt. Ebenso kommt wieder ein Verstärkungsevent, wo ihr mit einem Chart teilnehmen könnt, um euch Verstärkungsmaterialien verdienen zu können und auch diesen Chart schneller pushen zu können. Dann gibt es wie immer auch wieder neue tägliche Login-Belohnungen und neue Skins im Shop, auch passend natürlich zur neuen Klasse dem Maschinisten. Werfen wir nun noch einen Blick auf die allgemeinen Änderungen. Zum Öffnen der Drohenspitze-Belohnungen der Stufe 22, was die legendäre Auswahltruhe ist und Stufe 25, was die Juwelenkiste Stufe 3 ist, werden nun bestimmte Gegenstandsstufen vorausgesetzt, nämlich einmal 1445 für die Stufe 22 bzw. 1460 für die Stufe 25. Es gibt ein neues Maximum an Charakterplätzen, diese wurde nämlich von 18 auf 24 erhöht. Der Event-Wächter-Raid-Händler bekommt neue Gegenstände und der Rauswurf wegen Abwesenheit wurde entfernt. Und natürlich dürfen auch in diesem Update die Bugfixes nicht fehlen. Darunter zum Beispiel ein Fix, der einen Fehler behob, durch den die Pheromon-Bombe keine 30 Sekunden anhielt, wenn sie gegen Nachtfuchs-Juha eingesetzt wurde. Das wurde mit dem Update behoben. Es gab einen Fix dafür, dass gilten Chat-Nachrichten manchmal nicht angezeigt wurden und in manchen Zwischensequenzen gab es keine Hintergrundgeräusche, auch das wurde gefixt. Das waren so die wichtigsten Bugfixes, die es zu nennen gab und für die kompletten Patch-Notes packe ich euch wie gewohnt den Link in die Videobeschreibung. Ich hoffe, dass euch diese Zusammenfassung wie immer gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht den Daumen nach oben dafür zu drücken und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich auch gern mal diesen Kanal hier abonniere. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen und sage jetzt erstmal wieder danke, dass ihr in dieses Video reingeschaut habt. Bis zur nächsten Folge macht's gut. Ciao, ciao!